ja herzlich willkommen zurück zu let's play skyrim wir waren hier das letzte mal festgehangen war der böse böse drache da oben also der hat mich ja sowas von geblättet war jetzt nicht unbedingt schön jetzt habe ich mir was überlegt mal gucken ob das auch so klappt wie ich mir das gedacht habe so und zwar wenn ich jetzt hier schnell hinreiß dann kann ich halt weil feinde in der nähe sind schott sonst wären mal pferde vielleicht gekommen hast du da noch irgendein kompagnon oder kann ich mich dann irgendwo möchte man irgendwas zum verstecken schon wieder wacht über das ganze also f5 kann ich irgendwas noch lebenskraft entziehen ah na genau das habe ich großes ok 9 das ist schon mal nix also zu nahe darf ich damit sind das habe ich mir doch gedacht ich war doch da schon mal das sieht mich immer noch nicht verdammt versteckt jetzt fliegt davon up up in the air magst du nicht ok Ja, was ist denn jetzt das? Wo ist denn meine zweite? Ja, da kann ich nicht. Hm. Hä, bist du jetzt irgendwo gelandet? So, nochmal, tu mir jetzt mal da, klingendes Weg, nein, so, jetzt auch, tu mir da jetzt irgendwo landen. Oh, 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 oh. jetzt bist du weg jetzt bist du weg jetzt brauche ich wieder das ist nicht ob das besser war wie meine andere methode glaubt das nicht aber hier ist schon mal gut hier ist gut mit den steinen gut f5 kann man speichern ja 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 klar du findest natürlich nicht zaubertränke du bist du bist du ja ja 5 5 gib mir da drachen gold irgendwas mir völlig egal gibt es mir gibt es mir jetzt muss man sich noch um den anderen kümmern das wird ja auch noch so was das kann ich jetzt nicht rollen f5 jetzt mal gucken ob der auftaucht und mich nicht gleich ich krieg das hin ich krieg das hin ok macht jetzt was macht jetzt also auf jeden fall schon mal mehr und klinge und ich bringe das weg da stehst du eigentlich perfekt ne da würdest du perfekt stehen rein theoretisch praktisch dann doch mit dem net bist du da 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 komm schweb bitte an deinen ursprünglichen platz zurück da findest du schon irgendeinen weg dahin okay f5 oh god oh god da wenn der so viel au au das ist ja krank taubertränke höchste heilung ey man du ja j j Woa objekte sauer tränke jetzt kann man nicht okay höchsten heilung die eine heilung gesundheit das weiß ich mal regeneration mann 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 großes schlossgang schließende alchemie und 20 prozent gesteigert f5 sehr gut klasse und jetzt was was gibt es mir fahren ist stimme druckwelle was ist das finte druckwelle druckwelle ah das lerne ich gleich mal wenn die das nicht hören das ist ja klasse ok ok das war jetzt mal heftig das war wirklich aber wir haben es wir haben das die haupte rotadler schanze anführer töten ok map gespaltene türme anführer rotadler schanze hin mein herrn spaß ist was anders so da nein von der anderen seite verriegelt ist ja toll komme ich dann da hin der ist von der anderen seite verriegelt rotadler schanze ja dann wird das hier der eingang sein ne ja ok wo ist der markierung da da komme ich jetzt oder komme ich hier irgendwie bergsteiger technisch hoch kann ich mich hochpacken ich kann mich vielleicht hochpacken ach so ein ist aber hier vielleicht moment ah hier ist er doch wird es mir angezeigt ja mal kurz gucken ob das buch noch da liegt ne zack tot stopp da steht einer na egal ach das nehmen wir mal mit du renn doch nicht davon ok und das heißt jetzt was wo ging es dahin meister ah das habe ich jetzt aufgeschlossen ok hier ist bestimmt meine große belohnungs truhe oder na das ist ja super dafür habe ich keinen schlüssel gebraucht dafür hätte ich jetzt wirklich keinen schlüssel gebraucht ich meine ja eher lächerlich quasi geradezu ja höchste heilungs tränke da brauche ich jetzt wieder einige da sind mir jetzt einige abhanden gekommen dem epischen kampf klasse 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 gut aber ist ja auch egal nächste quest na lass dir das kopfgeld aussagen machen wir irgendwann anders behalte dich mit wild wer ruhlos über die halle der toten die decke helm von winterfeste in jüngle hügel grab ok machen wir das mal ähm verräterposten und da runter ok das ist doch in Ordnung du entdeckst mich ständig du bist so gewieft ich warne euch ok geht zurück das ist sowieso irgendwann anunter oh eiztroll jetzt schläfst du mal genau schlafen bitte dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus so dort da hinten ist schon wieder ein eiztroll da halte ich mich jetzt mal lieber hier schau mal da sind jäger oder irgendetwas nein ich mach nicht ich will nicht ich na sie ist mir doch gar nicht da und über genau oh da ist das schiff da ist das was ist denn hier da ist das da ist das in diese richtung gehen kann ich das nicht wer behauptet sowas die ich mal ich Fünf. Der Henn von, ich gehe mal nach unten. Das schaut auch gut aus. Ich glaube, ich muss auch noch. Da ist er auf jeden Fall schon. Und da komme ich jetzt wie genau rein? Ich könnte doch jetzt hier von hier aus abschießen, oder? Ja, genau. Ich bin's. Und jetzt, wie komme ich rein? Habe ich da schon geguckt? Habe ich schon. Wie komme ich hier rein? Gar nicht. Das ist wieder was Kompliziertes. Das sehe ich schon. Ich muss wieder irgendwo anders hin. Ich komme mal nach oben vielleicht. Ich komme mal nach oben. Einmal nach oben. Einmal nach oben. Da geht's nicht nach oben. Au. Hm. Okay. Da muss ich mal irgendwo nochmal einen Eingang suchen. Vielleicht hätte ich das Grab, das da war. Das könnte auch gut sein. Da war doch, da drüben ist dann so ein Hügelgrab. Vielleicht ist das da drüber rein geht. Oder erst mal drüber direkt gucken. Da ist der Fuchs. Ich sehe hier keinen Eingang. Oder ist hier einer? Ne. Na, gucken wir mal, gucken wir mal zu dem Hügelding da. Da ist ein wenig arg weit weg. Wobei. Also relativ, was hier weit ist. Man läuft mir da über die halbe Map anscheinend für so ein Dungeon. Okay. Da liegt was. Fasanenbrust. Jüngol Hügelgrab. Ah ja doch, das passt doch. Das passt doch. Hervorragend. F5. Das wird jetzt wahrscheinlich jetzt mörderisch schwer, wenn da lauter so Droge-Superlords rumlaufen. Fackel, weg. Dunkel. Wir brauchen das Dunkle. Es ist nicht dunkel genug. Hello? What are you? Was bist du? Was bist du und was machst du hier? Oh. Das ist nochmal so aus. Was geht denn jetzt hier? What the fuck? Okay. Und das weiß ich auch nicht, was das ist. Das war Trauger. Der hinterher, oder? Notizen zum Blabla-Hügelgrab. Das müssen wir nochmal kurz lesen. Der Adler im Himmel, die Schlange im Gras ist wie... Ah ja, okay. Der Mensch auf dem Thron, so wie es sein soll. Der Walfisch im Meer, so wie es sein soll. Mensch auf Thron, Walfisch, Adler, Schlange. Mensch, Walfisch, Adler, Schlange. Mensch, Walfisch, Adler, Schlange. Was heißt das jetzt? Ah, Mensch... Adler, Schlange, Adler, Schlange. Und jetzt der Mensch auf dem Thron. Und? Jetzt der? Was ist das, oder was? Kann ich... Dich? Jetzt vielleicht. Na, was habe ich jetzt falsch gemacht? Hm. Der Mensch auf dem Thron, der Walfisch im Meer. Der Adler im Himmel, die Schlange im Gras. Ach so, Meer, da ist Wasser dahinter. Schlange im Gras. Der Adler in der Luft. Klar, okay, jetzt auch. Ha! Not stupid, not stupid, F5. Hm, okay. Gar nicht so dumm, wie ich ausschaue. Und diese blauen Kügelchen da? Ich verstehe das nicht. Na egal, die werden schon irgendwie... Irgendwas werden sie schon tun hier. Wenn das total wichtig ist. Weißentür. Ja, nee. Noch nicht. F5. Nee, da geht's nicht weiter. Was ist lustig gemacht mit diesem blauen... Ich weiß nicht, was sie bringen. Vielleicht braucht man den auch für irgendwas, aber... Ist auf jeden Fall nett. Super nett. Was ist hier? Schwert Kaliburs, oder was? Warte mal. Adept. Nein, adept. Überhaupt kein Problem. Einfach mal... Dietrich... ...wieder mal zeigen, wer hier der Herr ist. Sie bewusst auseinanderbrechen. Mitkommen. Kügelchen, mitkommen. Hier geht's weiter. Oh, oh. F5. F5. Wer hab ich denn von euch? Das ist ja unglaublich. Ah. Und nun? Oh, hab ich. Okay. Welche ist denn das? Das ist ein paar ein Drachenklaue. Was kam denn die? Adler, 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 Drache. Gibt's hier bei euch einen Drachen? Nein. Gibt's nicht Wölfe und sowas? Okay. Korallen. Äh. Moden haben wir auch nicht. Oder doch haben wir. Aber wir haben keine, wir haben keine Dings. Das ist ein wenig unfair, dass es nicht dabei steht, welche das immer sind. Da vier Drachenklaue vielleicht. Motte, Eule, Wolf. Auch nicht. Doch, Motte, Eule. Warte mal, warte mal, warte mal, warte. Ach, Schlange gibt's auch. Schlange gibt's auch. Das gibt die drei und Schlange, okay. Ne, dann hättest ja vielleicht schon die eine sein können da oben, oder? Welche Mondes? Na, Wolf gibt's ja nicht. Doch. Bin ich jetzt blöd? Welche ist das denn? Irgendwas braunes. Braun. Ja. Die hat er nicht, ne? Ne. Säge? Ne, das kann's ja nicht sein. Okay. Das könnte die das doch sein. Schlange, Wolf, Motte. Ah. Fünf. Und hier, was macht ihr jetzt da? Da war der drin, ne? Den hab ich ja schon getötet. Da war er. Was? Truhe. Helm von Winterfeste. Elfenanschienen des starken, festen Griffs. Hab ich schon. Brauche ich nicht mehr. Okay. Was macht ihr jetzt da? Einfach nur rumtänzeln. Und Licht spenden. Schau ein wenig Fahrt. Muss ich jetzt mal sagen. Wie geht das jetzt auf? Irgendwann Griff, oder muss ich mich da reinsetzen, oder? Mach dich auf, du. Ich seh's net. Ich seh den Griff nicht. Ah. Ja, aktiviert doch. Mach dich doch net. Der aktiviert den Schalter nicht. Wieso muss ich das gehen mit dir ab? Wie soll aktiviert denn der den Schalter net? Oh Gott, ist das eine Helligkeit, die... Naja, dann lauf jetzt halt zurück. Der Rost. Bleibt mir nix anderes übrig. Ähm, da. Gut, den Helm von Winterfeste haben wir. Stellen wir als nächstes auf der Liste. Machen wir das. Dann gehen wir mal über die Hand der Toten und Halten. Das sind lustige kleine Pünktchen da gewesen. Also auch immer die bringen. Da. Setz mir das Spiel wieder ab. Na, na. Hier Ruinen von Arknückelhamts. Da. Guck mal nicht da wieder hin. War ich doch net erst. Also gut, Kartspitze. Wow. Lauf. Dahinter muss ich... Ja, genau. Bis dahin noch nicht weiter. Pferd, du machst es. Komm her. Komm her. Pferd. 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 nun rutsch bin ich hier in einer ansatzweise richtig könnte doch sein naja da jetzt auch schnellere welche geben, merke ich gerade lasst mich schwimmen Gott gegen den Strom ist das widerlich Tempel der Himmels Zuflucht jetzt bin ich da so einmal so und Gott schwimm doch da komme ich jetzt wahrscheinlich doch komme ich schon drüber, oder? das wäre jetzt die Höhe ich sollte jetzt drüber kommen schau wieder da ist ein Boot gib mir das Boot nein ich schwimme wegen den Strom kann ich mit diesem oh da ist er ha 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 rein in das Boot was ist denn da drin? Smarakt Diamant Rubin Granatstein makellose Granatstein makellose Rubin und eine Schatulle also kommt das ist jetzt lächerlich ein Gold und ein Granatstein tolle Truhe was sind du da? bist du tauchscharf Ding ok so ich nehme mal an da so weiter und dann hier irgendwo durch wer weiß na na Bergsteigen das ist immer ein Fehler wenn man das macht hey wer bist du? was tust du hier? ich wurde in Himmelsrand geboren und bin hier aufgewachsen also da gehen wir hoch sind schon wieder so Steinchen aufgebaut coole Steinchen wow oh er kommt was mich immer diese slow motion effekte die sich hier verpacken das ist ja irgendwann für das nochmals mal ein tod geht's hierhin nene bin jetzt zum bestimmten zweck hier sind jetzt auch hin und nur noch 34 stahlbolzen da muss ich wieder zu den relativ schwachen bürgen zurückgreifen ist es da oben zurück so tot auch klagen und da geht es rein und zwar mit der mehr uns klinge und f5 beziehungsweise hier mal was kommt da gewendet ihr auch aber krankt haben was haben wir das ist wir werden sehen öffnen rein spaß freude ach gott zwergen machen wir weiter in der nächsten folge bis demnächst tschüss das ist es es ist es